Im Hauptmenü kommt man über diese Kachel in das Abdrehmenü. Hier kann zwischen den Ansichten der verschiedenen Dosierer hin- und hergeschaltet werden. In der vorliegenden Konfiguration ist pro Tank ein Dosiergerät mit jeweils einem Dosiermotor verbaut. Es gibt auch Maschinen, bei welchen pro Tank ein Doppeldosiergerät mit zwei Dosiermotoren verbaut sind. Hier wird die eingestellte Ausbringmenge angezeigt. Hier kann der Kalibrierfaktor eingestellt werden und hier wird die Motordrehzahl beim Abdrehen eingestellt. Hier wird der Geschwindigkeitsbereich, in dem mit den aktuellen Einstellungen gefahren werden kann, angezeigt. Drücken Sie diesen Button, um den Dosierer zu füllen. Der Warnhinweis muss bestätigt werden. Mit diesem Pfeil wird der Abdrehvorgang gestartet. Der Warnhinweis bleibt bis zur Betätigung des Abdrehschalters auf dem Display angezeigt. Jetzt, wie gewohnt, abdrehen, den Wert wiegen und notfalls den Wert korrigieren. Das Ganze mehrmals wiederholen. Aber, wie wusste ich es nicht. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020